Wer kriegt der First Pick? Soll es? Nächste Runde, nee Tassa da bitte Okay Tachaja Ich glaub die hatten wir schonmal Ja, das sind die, das sind die Ja, das sind die gleichen Nein, echt scheiße Ja, Mann Ja, ich rieche jetzt ein Hammer Pick und ne, äh, Kerrigan Toll nicht Ach so, ich hab da noch nicht Nein, die Gegner sind dran Ich bin hier um zu helfen Ah, First Pick Countdown Okay, ja wir haben jetzt 30 Sekunden um uns überlegen ob wir das machen oder nicht Soll ich Moradin nehmen? Soll ich Moradin nehmen? Ich bin gut mit Moradin Alter, wollt ihr mich, ich kann nicht alleine supporten, ne? Denk da dran Ja, oder soll ich Usa nehmen? Jetzt direkt? Nein, lass mich jetzt erstmal Atanis nehmen Ja, ja, okay Atanis und Kerrigan Sturz Und wenn jetzt zwei, wenn ich noch zwei Counter auf Tank Ja, äh, ich guck mir das Setup was die Gegner haben an und überleg mir ob ich bei Hammer bleib oder nicht Atanis mit Usa und, ähm Ich folge der Stimme Eluns Ich rieche schon den Stunt von Tyrande Also Denk an die Ulti von Jaina, ne? Eben Das hat keinen Sinn mit Hammer Ja, ja, ich überleg schon Ich guck mir jetzt das Setup an Ich mach Last Pick Und die erwarten wahrscheinlich dann auch Hammer Vielleicht nehm ich ja was anderes Mal gucken, ich kann ja mehrere Sachen spielen Man kann ja warten mit Usa noch Wir warten, wie wir können Ja, ich warte Ich warte Die sind ja jetzt eh erstmal dran Die sind schon grad am Atmen am diskutieren Die spielen dasselbe, die spielen dasselbe Womit countert man Hammer? Stitch is nice hug, Junge Und auf Essen, Alter Das sind einige Counterfix Also, was machen wir? Wir haben noch Zeit Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ja, ist mein zweites Heiler brauchen wir Ist jetzt kacke Weineberg, welchen DD kannst du gut spielen? Alle Alle Welcher passt gut dagegen? Ich spiel ja fast schon mit dem Gedanken Dann jetzt Nova zu picken oder sowas Abfuck mäßiges Keltas, soll ich Keltas nehmen? Das ist aber kacke für die Map, ne? Keltas wäre auch gut Keltas kann ich nicht Dann nimm doch alle auch Keltas Alle auch Keltas Was jetzt? Nimm Keltas Nimm Keltas Nein, falls der zur Not Den kann er Das Licht lässt niemanden im Stich Kassada reicht nicht Ja, Usa war klar Und hast du da alleine als Support kannst kninken Jetzt guckt die Hä? Was macht das nie? Machst du Schützenkönig falls dead oder was? Ja Auf dem Map auf jeden Fall Wenn das Objektiv des Minions kloppen Ich bin bereit Ich hab schon Schützenkönig nehmen können Die haben nur Tyrande Ja, die hauen gut Damage draus jetzt Ja, ja Tyrande wird ja in letzter Zeit häufig als einziger Lila genommen, weil so viel Damage rausgekloppt wird aber Ja, aber als einziger findest Ne, finde ich auch Also würde ich auch nicht Vor allem Bin ich zu schlecht mit Tyrande, um das alleine dealen zu können Aber spielt man natürlich auch ganz anders, ne? Das wird jetzt spannend Ja, auf jeden Fall Ich bin auch mal gespannt Auf jeden Fall wird die jetzt ordentlich veräppelt Aufs geht, ne? Hmm Denken sie sich wahrscheinlich auch so Ah Leute, die picken das nicht wie die anderen Noobs eben Also ich konnte mir nur merken, dass eben Chrom auch schon drin war im Game Und ich hab mit Mercedes und... Ja, ich konnte mir auch Mercedes und Myrdal oder so gemerkt Und Outfunk auch Ah, immer dieser Stress hier Scheiße So, das Baff-Kügel ist hin, ist Game & Tata da Ich auch Ja, Game & Rino bleibt trotzdem mal top, weil... Antania und ich, wir roamen, ne? Wir gehen zwischen Top und Mitte über dir Lasst aber euch nicht unterwegs abfangen, ne? Nein Okay, ich lass euch die Kügelchen Mitte übrig Ich glaube, ich hab die letzten Spiele... Da hab ich teilweise... bin ich gar nicht gestorben, letzte Runde, glaube ich Ich... ich sterb nicht so schnell mit Tata... Ja, Start Sooo... Kriegt der wieder... Ich hab Jaina Mitte Wir gehen da mal Kügelchen, Kügelchen Mitte Komm, 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 komm Und wieder top Soll ich eigentlich oben bleiben? Ja Und ein bisschen aufpassen Und wieder top Sehr nice Und wieder Mitte, komm, komm, komm Das ist voll gut, ihr kommt vorbei, einmal Shield, einmal Heilung, ihr geht wieder Ich hab diesen Abgebepunkt Mal kurz Mana Ich hab die gerade mal geraptet, die waren dann abgeben Ja, Jaina oder Tyranne, ja Jaina, Jaina, ah ich wurde gehockt Geh kurz Pool Position, wir bleiben mal top Ich geh rein, Mali, Abanil Danke Alles cool Oh, ich hab einfach nichts mehr Bot Kugel liegt schon Blinkt schon Weg Weg Vergebe nicht zum Ziel Jaina möchte in der Rezeption abholen Ich müsste mal kurz weg Weg Guck ich zum Abgeben Guck ich zum Abgeben Und Usau Du musst spenden Ja The Train Guck Guck System online Kampfbereitschaft Wiederher Ich werde definitiv irgendwann mal jetzt abgeben Guck Aber ich mich drehe die hier als Zagal gerade ein bisschen Dann wird die so ein bisschen bei mir vor den Toren Guck Wie ist das? Welche Wollt ihr wirklich zurückgeben? Und weg der Dreck. Tyranne, 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 Tyranne! Fuck. Ich hab schon gefokust, hat aber nicht gereicht. Uncool. Uncool. Okay, Mitte ist keiner. Bin sofort da, Mitte. Bitte, Zagari wird das hier ein bisschen hart zu halten. Oh, und jetzt kommt noch Jenner dazu. Muss ich zurückziehen. Also gleich ein bisschen Unterstützung für die Bot wäre schön. Ich bin schon auf dem Weg. Das war's. Das war Garra und Jaina. Gehen wir da Mitte? Jupp. Ich brauche das die, äh, Diggins. Ich brauche das die, äh, Diggins. Ich brauche das die, äh, Diggins zu geben. Versuch mal abzugeben. Jupp. Der Garra ist dead. Ich bin hooked. No Mana, guys! No Mana, back, back, back. Ich hab jetzt nicht gerobt, ich werde hab ich abgegeben. Jupp, boah, safe, danke. Oh, geht der mir auf die... Festikel. Lauf, 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 lauf. Vier sind top. Wir können ein bisschen, äh, auffolen mit XP. Ja, ich bin 100 Lame. Bitte. Oh, man. Oh, man. Oh, der geht da an. Ich hab's immer noch raus. Vielmehr als Verbesserung. Vater, auf Zielzuweisung. Ich hab Mitte zwei, die zwei Türme eingerissen. Wer hab ich nicht geschafft? Mit der Spinne. Wir müssen mal abwilden. Top. Du musst mal abwilden. Hier, Jaina. Nice. Elementar Ding, vorsicht. Oh, wie knapp, Mann. Ich hab's versucht. Der Ronda hatte nix mehr, gar nix mehr. Ich hab doch auf die draufgehauen, auf die Walla und die. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Vorsicht, da hat er. Er hat, er hat, er hat Phoenix. Ach. Doch, Phoenix war richtig. Ja, ich renne ja schon. ja weg 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 scheiße müsste stellen ich dachte, wir könnten inniest parrot chance engagerten aber ohne Name Nöööö H histasit Komm noch mehr weg! Junge Junge Das reicht nicht Krieg mich Das reicht nicht Das reicht nicht Ich geh drauf, ich geh drauf, ich geh drauf. Oh mein Gott. Boah, ich musste noch vier Sekunden warten, bis ich ready war. Und meine automatische Unsichtbarkeit ist sogar noch gezündet, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich ihr Boden helfen? Nein. Fuuuun! Okay. The Blaze! Nice. Nice one. Habt ihr das gesehen? Hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Ich nicht. Das ist nicht so wichtig. Ach ja. Gut gekämpft mit Streitern. Berechne Flugrunde. Geil. Aber ich hab's weggekriegt. Walla kommt hinter mir her. Vorsicht Leute. Walla kommt hinter mir. Walla kommt hinter mir. Walla hinter mir. Okay Walla ist nicht mehr hinter mir. Also jetzt ist das Schild auch gleichzeitig ein Speedbuff. Bauer eine Bärchen helft. Wenn du ein bisschen Kill holen willst oder was. Einsaugungen. Nein. Soll ich euch jetzt unterstützen wenn ich jetzt wieder komme? Jo. Oh. Bei der Unrecht allein nicht viel ausreichen können ja. Wir können mal Bot einreißen oder? Oh 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 oh. Tyrande Tyrande. Nice. Nicht nice. Lass mich doch nicht alleine. Da hab ich gerade auch gedacht. So oh 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 oh. Alles klar. Will dem Slitches den Weg abfangen. Spring runter. Alle und alle. So ok. Ah... Ich könnte mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Das Licht ist euer Vergnügung. Die wollen 5 gegen 5 provozieren jetzt. Sollen wir es eingehen? Ja, wir müssen auf jeden Fall Deffen. Oh nein! Nein! Ich hab dir grad Speed gewarft! Ich hätte die jetzt so schön weggeholt, ne? Ja, oben was wir verteidigen, oder? Ja! 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 Oh Mensch, ey! Ich bin da noch so, die Staffel. Sphär Hallo Walla, hallo Tyrande Hast du Speed? Ja, ne, da kommt Stitches Und da unten ist noch Dingens, ich will ja nicht rein Okay, abgeben Allein halte ich nicht genug aus, ja, da hat Stitches nicht Eine sehr gute Heilung Ärgerlich, Ärgerlich, keine Ahnung Ich traue mich nicht da so hart zu engagen, die hauen ganz schön Damage raus Gerade mit dem Hook und so, ne Man müsste auf einmal völlig wollen, das ist scheiße Und da verhält Fallstead einfach nicht irgendwo aus Das Camp unten müssen wir machen, ja Der Sportwebe, weg nach Hause Ich muss mich zurückziehen Dann lass uns direkt mal unser Camp hier machen Was vielleicht? Ja 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 Bosselfen erstmal, Leute, ne? Fuck! Melody was nicht... Schade! Gegen die haben wir schonmal verloren, oder? Oder haben wir gegen die gewonnen? Ne, das ist einfach gewonnen. Ich hab alles versucht, alles gegeben, was soll ich denn machen? Also gegen die haben wir gerade eben gewonnen? Ja. Hat direkt Jaina gepickt gerade am Anfang, ne? Na, das Problem war, dass wir am Anfang schon tougher da hatten. Ja. Ja, dann müssen wir das nächste wieder gewinnen, ne? Ja. Ja, so sieht's aus. Ja. Ja. Ja.